Lebenslanges Lernen, also man darf nicht davon ausgehen, dass man irgendwann fertig studiert hat und man braucht nichts mehr dazu lernen. Dann Ziele haben und diese fokussiert und konzentriert verfolgen und vor allem in einem großen Unternehmen ist es sehr wichtig im Team zu arbeiten, dass man eine hohe Teamfähigkeit hat und mit Kollegen respektvoll umgeht. Lukas Rohm, IT-Solution Architekt, Bundesrechenzentrum. Ja, mir gefällt ganz gut, dass wenn in den Medien ein Thema kursiert, wo man weiß, man braucht dazu noch eine technische Umsetzung, dass das Bundesrechenzentrum nicht weit weg davon ist, diese nachher umzusetzen. Wir haben sicherlich Einschränkungen im gesetzlichen Bereich, dass es oft harte Deadlines gibt, bis wann etwas umgesetzt werden muss. Und das macht es auch dann spannender oder zu einem Abenteuer. Das andere wiederum ist, gerade in der IT gibt es oft sehr alte monolithische Systeme, mit denen man auch umgehen muss und das sind oft Herausforderungen, die man gerne bewältigt. Das Bundesrechenzentrum betreut und baut E-Government-Lösungen für den Bund und damit für jeden Bürger in Österreich. Als IT-Solution Architekt entwirft man und verantwortet man die technische Lösung. Man hat den größten Vernetzungsgrad in einem Projektteam. Man muss sprechen mit einem Projektleiter, genauso wie mit einem Entwickler, Tester oder auch mit den Kunden. Man muss mehrere Disziplinen beherrschen. Das heißt, man nimmt Anforderungen entgegen, entwirft dann Datenmodelle, strukturiert die, wählt Technologien aus, spricht mit Entwicklern, macht Architekturvorgaben, überwacht diese. Man ist erst der Ansprechpartner für einen Projektleiter und verantwortet wie in einem Baugewerbe eine konkrete Architektur. Beginnen tut es meistens damit, dass der Kunde seine Anforderungen stellt. Die werden dann vom Analytiker festgehalten schriftlich und dann überlegt man sich auf einem Papier, wie setzt man das technisch um. Man modelliert es, man zeichnet es, man denkt ganz abstrakt, wie wird man das dann später in einem Code umsetzen und arbeitet sehr eng mit den Entwicklern zusammen. Während der Umsetzung ist man eigentlich der erste und der zentrale technische Ansprechpartner für den Projektleiter. Man ist ja auch erste Anlaufstelle für die Entwickler bei technischen Problemen, wenn etwas geändert werden muss am Design. Und man repräsentiert vor allem auch gegenüber den Kunden die technische Lösung und muss die dann auch dort kommunizieren. Als Beispiel zum Beispiel die antragslose Familienbeihilfe, wo wir helfen im Bundesrechenzentrum Prozesse zu implementieren, die No-Stop-Shops sind. Da geht es darum, dass der Bürger gar keinen Antrag erstellen muss, um überhaupt an die Familienbeihilfe zu kommen. Wir vernetzen dabei Daten von den Finanzministerien und den Innenministerien und erleichtern somit eigentlich jeden das Leben. Ich habe eine AHS-Matura und habe studiert am Technikum Wien Wirtschaftsinformatik, Bachelor und Master. Habe bereits während dem Bachelorstudium Teilzeit gearbeitet als Programmierer zwei Jahre. Und habe dann eine interessante Stellenausschreibung gesehen vom Bundesrechenzentrum, wo es um ein konkretes Projekt gegangen ist, was auf der grünen Wiese neu gebaut wird im Steuer- und Zollbereich. Das hat mich dann sehr angesprochen und habe mich danach als Softwareingenieur beworben und bin dann schlussendlich IT-Solution-Architekt geworden. Ich glaube nicht, dass man zwingend studieren muss. Man kann sich sicher heutzutage sehr viel selbst beibringen. Viel wichtiger sind die Erfahrungen, die man durchlebt. Und gerade als IT-Solution-Architekt muss man vielleicht alle Stationen eines Softwareentwicklungsprozesses einmal durchlaufen haben. Das heißt, man soll einmal entwickelt haben, man soll einmal getestet haben, man soll einmal in einem Betrieb ein Produkt betreut haben oder auch einmal etwas analysiert haben. Und da bin ich jetzt. Ich glaube nicht, dass man die Leute nicht nur in der Hand, die man halt auf der Hand tun kann. Aber ich kann nicht nur in der Hand tun, dass man sie nicht mehr verletzt hat. Und da sind die Hand mit der Hand zu schlussend. Untertitelung des ZDF, 2020